Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und lang wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Konzentriere dich wieder bewusst aufs Ein- und Ausatmen. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Atme frische, neue Energie ein und verbrauchte Energien aus. Denke Ruhe beim Einatmen und Loslassen beim Ausatmen. Du kannst nun alles loslassen, was dich beschäftigt. Nutze diese Auszeit, um neue Energie zu tanken, denn zum Ende des Jahres geht vielen von uns langsam die Energie aus. Frische Energie einatmen, alte Energien ausatmen. Ruhe einatmen, loslassen ausatmen. Und nun lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Ich nehme dich nun mit auf eine kleine Reise. Es ist Nacht. Du stehst draußen auf einem Feld und blickst in den Sternenhimmel hinauf. Tausende Sterne funkeln. Nun siehst du dich ein wenig um. Das Feld ist schneebedeckt. In der Nähe erkennst du einen kleinen Wald. Du bist warm angezogen. Du fühlst dich ganz wohl. Atme bewusst die kühle, frische Luft ein. Spüre die Energie und beobachte beim Ausatmen die kleinen Wölkchen, die sich in der kalten Luft bilden. Gehe nun auf den kleinen Wald zu. Du erkennst, dass es ein Tannenwald ist. Alles ist schneebedeckt. Der Schnee glitzert wunderschön. Du gehst in die Mitte des kleinen Waldes. Dort steht eine wunderschöne große Tanne. Du schaust nach oben in den Himmel. Und dort bemerkst du einen Stern, der viel heller leuchtet als all die anderen. Dieser Stern fliegt nun herab und setzt sich auf die Spitze der großen Tanne. Die Tanne leuchtet und du beobachtest, wie sie geschmückt wird. Kleine glitzernde Sterne spiegeln sich in großen Glaskugeln zwischen funkelndem Lammetter. Du fühlst dich zurückversetzt in deine Kindheit. Du erinnerst dich an das erste Mal, als du einen geschmückten Weihnachtsbaum gesehen hast. Du fühlst das Staunen, die kindliche Vorfreude und innerliche Ruhe. Sollten Gedanken aufkommen, konzentriere dich wieder auf die schönen geschmückten Tannenbaum vor dir. Atme noch einmal die kühle Winterluft ein und aus. Und komme dann zurück ins Hier und Jetzt. Bewege deine Füße, deine Hände. Denke in stressigen Situationen immer an deine große, wunderschön geschmückte Tanne im Winterwald zurück.